Hallo, wir wollen heute logisch schließen in Datalog. Beim letzten Mal hatte ich Ihnen ja bereits erklärt, dass wir rekursive Anfragen auf Datenbanken natürlich auch auswerten wollen, dass aber die klassische Model-Checking-Sicht als Auswertungsproblem in der Anfragebeantwortung mit Prädikatenlogik dort nicht so richtig funktioniert. Rekursion kann man in der Prädikatenlogik zwar in einem gewissen Sinne schon ausdrücken, aber um das dann auszuwerten, muss man logisch schließen, also Entailment anstatt Model-Checking betreiben und wir wissen, allgemein ist logisches Schließen in Logik erster Ordnung, in Prädikatenlogik unentscheidbar, also nicht unbedingt der beste Kandidat für eine effiziente Datenbankabfragesprache. Trotzdem kann man dort einiges erreichen und ein Klassiker unter den Ansätzen, die dort verbreitet sind, ist die Sprache Datalog, was wir in erster Näherung bisher kennengelernt haben als prädikatenlogische Implikationen oder Sprache, die besteht aus prädikatenlogischen Implikationen oder Mengen davon, die lediglich universell quantifizierte Variablen enthalten können und Konjunktionen, also sehr einfach aufgebaut sind an sich. Und ich hatte schon behauptet, dass für diese Art von Formeln das logische Schließen einfacher ist und das will ich heute etwas untermauern und auch noch ein bisschen was zum Thema Komplexität sagen bei der Gelegenheit. Willkommen also zurück, mein Name ist Markus Krutsch und das hier ist Theoretische Informatik und Logik im Online-Kurs der TU Dresden. Auswertung von Datalog, ja. Wie kann man also logische Schlüsse in Datalog ziehen? Und die Idee hier ist ziemlich einfach, Datalog besteht aus Implikationen, aus Regeln letztlich und das naheliegende, was man natürlich tun kann, um einen logischen Schluss mit Hilfe einer Regel zu ziehen, ist die Regel einfach auf die gegebenen Fakten oder allgemein auf das, was man bisher herausgefunden hat, anzuwenden, um neue Fakten abzuleihen. Das heißt, wir haben hier nicht mehr die Model-Checking-Sicht in dieser Darstellung zunächst. Wir sprechen von logischer Konsequenz, von Ableitung und wir betrachten die Datenbanken, die wir zunächst als Interpretation gesehen hatten, ja hier als logische Theorie, also als Menge von schon mal gegebenen Fakten. Und die kann man sich auch gern gleich als Teil eines Datalog-Programms vorstellen. Also das heißt, diese Fakten können auch als Regeln gesehen werden, die keinen Rumpf haben, also keine Vorbedingung, sondern deren Konsequenz ohne weitere Bedingungen gilt. Gut, das wollen wir also als Grundlage nehmen. Und um Regeln jetzt anzuwenden, an sich ist die Idee sehr einfach, aber irgendwie muss man es aufschreiben und die klassische Art und Weise, wie man das tut in der Logik-Programmierung und aber eben auch in Datalog ist mithilfe des Konsequenz-Operators TP, wie er genannt wird. TP. T steht wahrscheinlich für Truth, weil er soll die Dinge ableiten, die wahr sind, also True. Und P, die hier im Subscript vorhandene Bezeichnung, steht für das Datalog-Programm P, das wir gerade auswerten wollen. Wir würden also für ein Datalog-Programm S, ein TS-Operator erhalten. Trotzdem spricht man auch vom TP-Operator, weil die Programme eben immer mit P bezeichnet werden. Und was tut dieser Operator? Er wendet Regeln an, er nimmt als Input eine Menge von schon bekannten Fakten und nutzt dann die Regeln im gegebenen Programm, um neue Fakten abzuleiten. Und die gibt er uns wieder als Menge zurück. Das ist also eine Funktion, die eine Menge als Eingabe erhält und auch alle eine Menge als Ausgabe erhält und dabei das Programm P als Richtlinie dafür nimmt, was passieren soll. Okay, wie genau funktioniert das? Naja, an sich kann man das sich, glaube ich, intuitiv schon ganz gut vorstellen. Ich habe also Datalog-Regeln, die sind allquantifizierte Ausdrücke. Also das heißt, die Variablen stehen für beliebige Werte. Das heißt, was man letztlich nur tun muss, ist, man muss Muster von Fakten finden in den bekannten Fakten, auf die eine bestimmte Regel anwendbar ist. Das heißt also, für die man die Variablen in einer bestimmten Art und Weise instanziieren kann. Also das heißt, durch konkrete Werte ersetzen kann, sodass die Vorbedingungen, die Konjunktion, die den Rumpf der Regel bildet, wahr wird. Wenn einem das gelingt, wenn also eine Regel in diesem Sinne anwendbar ist, dann kann man den Kopf der Regel in eben dieser Instanziierung, in dieser Art, die Regel anzuwenden, hinzufügen zu dem Wissen, was man hat und als Teil der Ausgabe sehen. Und das ist das, was hier steht. Die Eingabemenge hier ist bezeichnet einfach mit i. Ich hatte das vorher mal mit fi bezeichnet, aber hier schreibe ich einfach i. Es ist also jetzt keine Interpretation, sondern eine Menge von Fakten, aber wir wissen, dass das im Prinzip die gleiche Struktur kodiert, nur ein bisschen anders aufgeschrieben ist. Also ich habe so eine Menge von Fakten i und ich definiere jetzt tp von i als die Menge aller h Theta. Was soll das sein? h Theta sollen Fakten sein, die entstehen, indem man den Kopf h aus einer Datalog-Regel, die diese Form hier hat, nimmt, die natürlich in dem Programm p auftauchen sollte. Daher kommen die Regeln. Und Theta, das soll eine Substitution sein, die dafür sorgt, dass oder die den Rumpf so instanziiert, dass die Rumpfatome allesamt in den gegebenen Fakten enthalten sind. Also wenn ich eine Art und Weise finde, um die Variablen im Rumpf zu interpretieren, sodass die interpretierten Vorbedingungen alle in den bekannten Fakten vorhanden sind, also insbesondere dürfen da keine Variablen mehr vorkommen, weil die Fakten selbstvariablenfrei sind. Das heißt also, ich habe jede Variable mit irgendeiner Konstante instanziiert und ich habe das so getan, dass alle Rumpfatome in der instanziierten Form wahr sind, dann kann ich auch für die gleiche Instanziierung Theta den Kopf wahr machen. Das ist das, was passiert und ich sammle mir alle auf diese Art entstehenden Instanziierungen von Köpfen für alle Regeln und für alle möglichen Arten und Weisen diese Regeln anzuwenden und daraus entsteht mir eine neue Menge. Das ist der Ausgabewert von tp auf i. Okay, Konsequenzoperator. Das heißt also, insbesondere der Konsequenzoperator so definiert, leitet nicht noch einmal das ab, was als Eingabe gegeben ist. Also das heißt, die eingegebene Menge i ist eventuell nicht wieder Teil der Ausgabe, sondern es wird nur das abgeleitet, für das ich eine Regel habe. Also nur das, was mithilfe dieser gegebenen i produziert werden kann. Okay. Was kann man beobachten? Naja, zum einen, das hatte ich schon oder das kann man relativ leicht sehen, ist, dass Substitutionen Theta, also das heißt, diese Art und Weise, die Variablen hier zu instanziieren, dass das letztlich nichts weiter darstellt als eine Art und Weise, wie man eine Datenbankanfrage, die aussieht wie der Rumpf, also die so eine Konjunktion darstellt, b1 bis bn, über der Datenbank i beantworten könnte. Also so eine Substitution zu finden, entspricht letztlich genau der Aufgabe, eine Datenbankanfrage, die aus einer Konjunktion von Atomen mit Variablen besteht, die alle frei sind, zu beantworten. Ja, also das könnte ich auch als als prädikatenlogische Anfrage auf dieser Datenbank verstehen und wir wissen, dass solche Anfragen sich auch in SQL darstellen lassen. Also das ist praktisch berechenbar. Man kann diese Substitution ziemlich leicht produzieren, einfach als als Tabelle mit Wertzuweisungen. Dann hat man für einen gegebenen Body und eine Variable, eine Interpretation hier. alle möglichen Theta auf einen Schlag als Antworten auf diese Anfrage. Okay. Und die weitere Beobachtung, die hatte ich schon gemacht, Theta muss alle Variablen in der Regel auf Konstanten abbilden, zumindest wenn wir fordern, dass im Kopf nur Variablen auftauchen, die auch irgendwo im Rumpf stehen. Also sicherlich muss jede Variable aus den, die hier im Rumpf vorkommt, auf Konstanten abgebildet werden, denn ansonsten könnten diese Atome, würden noch Variablen enthalten und die könnten nicht in I enthalten sein in dieser Form syntaktisch. Und in der Regel fordert man, dass Datalog-Regeln im Kopf nur Variablen nutzen, die auch im Rumpf auftauchen. Und dementsprechend ist auch der Kopf vollkommen instanziiert, wenn man eine solche Substitution findet. Das heißt also, das, was ich hier erzeuge, h Theta, ist auch wieder Variablen frei, ist auch wieder ein Fakt. Das ist also auch eine wichtige Eigenschaft, die man erhalten möchte. Man möchte nur konkrete Dinge ableiten, nichts, was Variablen enthält. Nur Sachen, die in einer Interpretation wirklich in einer Datenbankinstanz wirklich gespeichert werden können. Okay, also so geht der Konsequenz-Operator und damit haben wir die Regeln sozusagen alle parallel gleichzeitig auf eine gegebene Eingabe-Menü angewendet und alle Ergebnisse, die man damit erzeugen kann, auf einmal erzeugt. Okay, das ist noch nicht so richtig, das logische Schließen über Datalog. Das ist nur ein Schritt. Und wir müssen das jetzt mehrfach anwenden, rekursiv eben oder iterativ, sollte man vielleicht so lieber sagen, bis man alles berechnet hat, was aus dem Datalog-Log-Programm logisch folgt. Und das funktioniert so. TP iterativ anwenden. Zur Ermittlung aller Schlüsse muss man dies, wie gesagt, tun. Wir definieren dazu rekursiv die folgenden Dinge. TP hoch 0 wird einfach die leere Menge. Das heißt, wir beginnen mit der leeren Menge. Wir wissen eingangs nichts. Wir gehen davon aus, wir haben keine Informationen. Nichts ist gegeben. Nichts ist wahr. Und dann definieren wir rekursiv TPi plus 1, also für größere Zahlen hier im Superscript. Das Ergebnis wie folgt. Wir nehmen TPi, das irgendwie schon definiert ist, und wenden darauf noch einmal TP an. Also TP1 zum Beispiel, also hier 0 plus 1, wäre TP0, die leere Menge, und darauf TP angewendet. Passiert da was Interessantes? Ja. Auf die leere Menge TP anzuwenden, heißt natürlich, dass wir die meisten Regeln nicht anwenden können, weil wir es nicht schaffen werden, eine Instanz des Rumpes zu finden, also ein entsprechendes Theta, was die Rumpfvariablen so belegt, dass man die Atome, die da entstehen, alle schon in TP findet, denn TP ist ja die leere Menge. Aber es kann ja auch sein, dass Fakten in meinem Programm vorkommen. So hatte ich das bisher definiert. Die Fakten sind einfach Teil des Programms. Und das heißt, ich habe die Fakten als eine Art Regeln ohne Rumpf. Und für diesen Sonderfall finde ich dann natürlich alle Rumpfatome unter jeder beliebigen Substitution Theta in dieser leeren Menge, weil es keine Rumpfatome gibt. Das heißt also, die Fakten werden im TP1-Schritt hinzugefügt. Und nicht sonst, ja. Andere Dinge kann ich ohne Vorannahmen nicht ableiten aus der Lernmenge. Und dann habe ich in TP1 schon alle Fakten, und dann kann ich so weitermachen. TP2 ist wieder TP1 und darauf TP angewendet. Und auf die Art erhalte ich immer neue Konsequenzen. Beobachtungen. Hatte ich schon gerade gemacht. TP1 ist die Menge aller Fakten. Und TPI, ganz allgemein, enthält nur Fakten, die man bilden kann, indem man einen Regelkopf aus P mit Konstanten aus P instanziert. Also Konstanten aus P. Einfach, weil man irgendwie das Ganze in Beziehung setzen muss mit den Fakten, die eingangs gegeben werden. Und nur solche Dinge kann ich ableiten. Ja, manchmal leite ich vielleicht auch einen Kopf ab, der eine neue Konstante enthält, die noch in keinem Fakt vorher auftauchte. Also, ja, durchaus denkbar, dass nicht alle Konstanten schon in Fakten verwendet werden, aber alle Konstanten, die ich irgendwie erhalte, kommen letztlich aus P. Es bringt nichts, Substitutionen zu betrachten, Theta zu betrachten in irgendeiner Form, die Variablen auf etwas abbilden, was an keiner Stelle in P auftaucht. Das wird dann nicht dazu führen, dass der Rumpf mit dieser Instanzierung schon abgeleitet wurde. Das ist im Prinzip eine Eigenschaft, die man jetzt induktiv zeigen könnte, aber man kann jetzt für unsere Zwecke soll das hier genügen. Okay, also das heißt, wir haben nur Fakten mit bekannten Konstanten und damit sind von vornherein alle Schlüsse, die wir auf diese Art berechnen können, endlich. Es gibt keine unendlich vielen Schlüsse, wie das in der Prädikatenlogik ganz allgemein sein könnte. Ja, also da gibt es unter Umständen sehr viele logische Konsequenzen aus einer Theorie. Hier ist das nicht so. Die logischen Konsequenzen müssen sich alle auf die Fakten beziehen und damit sind sie ziemlich rasch erschöpft. Also irgendwann kann ich einfach nichts mehr ableiten, was aus diesem Programm folgt. Es folgen keine Dinge, die von irgendetwas sprechen, was nicht explizit genannt wird mit dem Programm oder der Datenbank. Und ja, hier in dieser Darstellung ist natürlich die Datenbank Teil des Programms, weil wir einfach sagen, diese Fakten, die die Datenbank kodiert, die werden einfach zu P hinzugefügt und dann eben in TP1 direkt mit berechnet. Okay. Gut, das ist also der TP-Operator iterativ angewendet und wenn man diese Beobachtungen jetzt weiterspinnt, dann merkt man also, das wird nicht ewig so gehen. Ja, also ich werde an irgendeiner Stelle nach einer bestimmten endlichen Anzahl an Schritten alles berechnet haben. Warum? Weil es wird nur so lange weitergehen, wie TP sich noch verändert. Also in dem Moment, wo TPI gleich TPI plus 1 ist, also in dem Moment, wo nichts mehr Neues hinzugekommen ist bei einem Ableitungsschritt, lohnt es sich auch nicht noch einzumachen. Ja, denn der Input bleibt ja gleich und wenn TP dann nichts mehr ändert, dann ist das der sogenannte Fixpunkt. Das heißt, an dieser Stelle sind die wahren Fakten ausgerechnet und es werden keine neuen mehr erzeugt. Das heißt, solange diese Berechnung hier fortschreiten soll, müssen in jedem Schritt neue Fakten hinzukommen, mindestens einer. Und wir wissen aber, es gibt nur endlich viele Fakten, die man auf diese Art produzieren kann. Das heißt, nach endlich vielen Schritten muss diese Iteration zum Ende kommen. Jetzt weiß ich vorher natürlich nicht, wie viele Schritte das genau sind. Das hängt natürlich hier nur von P ab, aber im Allgemeinen steckt in P natürlich auch die Datenbank drin. Das heißt, wenn die Datenbank sich ändert, dann ändert sich auch die Anzahl der Schritte. Ich kann das also nicht so ganz leicht definieren und sagen, wir rechnen mal bis TP 10 oder TP 1000. Und deshalb definiert man das mathematisch so, diesen Grenzwert, der irgendwann sich einstellen muss, dass man schreibt TP unendlich. Das ist nur eine Notation. Ja, das ist jetzt einfach die Art, wie ich das benenne. TP unendlich, weil ich nicht weiß, wo genau das stattfinden wird. Und TP unendlich ist einfach die Vereinigung aller TPI für i größer gleich 0. Gut, wenn Sie die Prozedur mit dem TP jetzt gut verstanden haben, dann werden Sie sagen, was soll das überhaupt hier sein? Vereinigung, wozu ist das gut? Gut, denn es ist natürlich so, mit dieser Definition kann man sich leicht überlegen, wird jedes TPI vollständig enthalten sein in TPI plus 1. Also mit anderen Worten, die Menge der Fakten, die wir ausrechnen, wird immer größer. Wieso kommt das? Ich hatte ja vorher gesagt, dass TP nicht unbedingt die Dinge neu berechnet, die er als Eingabe erhält als Operator. Das stimmt. Aber wir werden bei dieser Iteration, die von der Lernmenge ausgeht, in jedem Schritt nur Dinge berechnen, die abgeleitet werden können. Und das heißt insbesondere, die werden auch in jedem Schritt neu abgeleitet, die Sachen, die bis jetzt schon bekannt waren. Nehmen wir zum Beispiel TP 1, hatte ich gesagt, ist die Menge aller Fakten. In TP 2 ist die Menge aller Fakten auch wieder enthalten. Nicht etwa, weil wir sie mitnehmen, sondern einfach, weil sie auch in TP 2 neu abgeleitet werden. Ich werde auch in TP 2 wieder entsprechende Substitutionen finden, sodass die Regeln, die ich da benutzt habe, um die Fakten abzuleiten, also die gegebenen Fakten, in P waren das, wieder anwendbar sind und wieder die gleichen Konsequenzen haben. Und genauso gut wäre ich in TP 3 wieder die Dinge ableiten, die ich in TP 2 abgeleitet hatte, weil in TP 3 auch TP 1 enthalten ist. Und das heißt, ich wende alle Regeln, die ich auf TP 1 in TP 2 angewendet habe, um dort neue Dinge abzuleiten, auch bei der Berechnung von TP 3 wieder an. Also mit anderen Worten, diese TPs sind monoton wachsend. Das werden immer größere Mengen, bis sie irgendwann gleich bleiben. Das heißt, es scheint ein bisschen seltsam, dass wir hier von einer Vereinigung sprechen. Wozu eigentlich? Also wenn ich TP 2 habe, brauche ich doch TP 1 nicht mehr. Dann steckt doch das alles schon mit drin. Warum vereinige ich hier unendlich viele Mengen, wo ich doch eigentlich nur eine brauche. Eigentlich erstens ist es nicht unendlich, diese Iteration. Ich habe ja schon argumentiert, dass die irgendwann mal aufhört. Und zweitens reicht mir die letzte Menge, die ich dabei erhalte. Ich muss nicht noch mehr Mengen berechnen. Aber es ist einfach so, rein mathematisch ist das eine sehr kurze und elegante Weise, das aufzuschreiben. Deshalb macht man es so. Also es ist einfach eine einfache Art und Weise, das hier zu definieren. Und diese Definition würde auch funktionieren, wenn der Prozess niemals aufhört. Und das kann man sich vorstellen, dass so etwas eintritt. Nehmen Sie zum Beispiel Funktionssymbole, wie wir sie bei Skolamisierung kennengelernt haben. Wenn die jetzt noch mit vorkommen dürften in den Ableitungen, dann könnte man immer neue Terme konstruieren mit den Funktionen. So was passiert bei Prolog, bei der Logikprogrammierung. Und dann ist TP nicht mehr endlich. Dann braucht man unter Umständen wirklich unendlich viele Mengen. Und da gibt es auch keine, die die größte ist. So, man muss alle nehmen. Obwohl sie monoton wachsen. Ja. Aber für uns, wir können uns trotzdem vorstellen, dass hier an irgendeiner Stelle das Ganze aufhört. Und dass das einfach nur hier eine mathematisch sehr kompakte und allgemeine Art und Weise ist, wie man diese Menge, diese größte Menge, bei der das letztlich aufhört sich zu entwickeln, diese Folge darstellt. Ja. Also in Wahrheit ist das hier eigentlich nicht unendlich, sondern es endet irgendwo. Aber so ist die Notation und wie gesagt, die ist sehr einheitlich und lässt sich auch mit Erweiterungen von Datalog gut verwenden. Deshalb hat die sich so durchgesetzt. Okay. So wenden wir also TP iterativ an und damit kann man Schlüsse aus Datalog-Programmen ziehen und doch auf relativ einfache Art und Weise. Hier haben wir mal ein etwas längeres Beispiel mit der gleichen Generation, die ich beim letzten Mal schon eingeführt hatte als Konzept. Und vier Fakten. Auch die hatten wir beim letzten Mal schon kurz gesehen. Wir haben Väter und Mütter hier und wir wissen, dass Vater und Mutter ebenfalls eine Art von Älter ist und dass Eltern, dass jede Konstante oder jedes Ding, was in der Älterbeziehung an erster oder zweiter Stelle steht, in der gleichen Generation mit sich selbst ist. Und dass wenn zwei Dinge in der gleichen Generation sind und sie Kinder haben, jeweils ein Kind, das erste, ein Kind, das zweite, dann sind auch die Kinder in der gleichen Generation. Das ist die Regel hier. Wie sinnvoll die ist, sei mal dahingestellt. Das ist ein rein abstraktes Beispiel mit ein bisschen Familienbeziehungen, damit sie sich es besser vorstellen können. Aber wir wollen hier wirklich bloß sehen, wie das Ganze funktioniert. Das soll nichts Praxisnahes modellieren. In der Praxis haben wir natürlich viel größere Datalog-Programme, die aufwendiger zu erklären und zu verstehen sind. Okay. Wie geht jetzt also die Berechnung fort? Wir können anfangen mit TP0. Das ist wie gesagt die leere Menge. Das ist so definiert. TP1 kann nur die Menge der Fakten sein. Das sind hier vier Stück, wie ich sie hier darstelle. TP2 ist jetzt die Vereinigung von TP1 mit neun Dingen. Und zwar mit den neun Dingen, die ich aus diesen Fakten, die in TP1 enthalten sind, jetzt ableiten kann. Was sind das für Fakten? Mutter- und Väterfakten? Die können nur in den ersten beiden Regeln angewendet werden. Und wir sehen auch schon, wie eigentlich jeder Vaterfakt, jeder Mutterfakt wird zu einem Älterfakt. Das heißt, ich habe vier Älterfakten, die den Vater- und Mutterfakten genau entsprechen. So sieht es aus. Und formal ist das also jedes Mal dadurch passiert, dass ich also tatsächlich mir eine Regel genommen habe, in dem Fall hier die Vater impliziert Älter, eine Substitution gefunden habe, Theta, die x und y durch passende Werte ersetzt. In dem Fall x durch Alice und y durch Bob. Und dann das Ergebnis, dann habe ich geprüft, ist es wirklich so, dass Vater Alice Bob in der TP1 schon vorhanden ist? Und ja, das war vorhanden. Und also kann ich den Kopf dieser Regel mit der gleichen Substitution als neuen Fakt hinzufügen. Älter von Alice, Bob. Okay. Und so entsteht dieser Fakt. Und ja, im Prinzip kann man das relativ leicht sehen, aber man sollte sich auch bewusst sein, wie die Definitionen, die ich hier gegeben habe, mit dieser Berechnung zu tun haben. Ja, dass das nicht unabhängig ist, sondern dass man wirklich das macht, was hier mathematisch beschrieben auch erklärt wurde. Okay, was können wir jetzt machen? Jetzt haben wir Älterfakten. Mit Älterfakten können wir Dinge ableiten. Allerdings zunächst nur Dinge, die aus den ersten beiden Regeln hier folgen. Die dritte Regel braucht auch schon GG-Fakten. Davon haben wir noch keine. Das heißt, was wir zunächst mal hier bekommen, sind Älterfakten, die GG von zwei gleichen Werten ableiten, die entweder an erster oder zweiter Stelle von Älter vorkommen. Also wir kriegen GG LS LS. Bob, Bob. Hier kriegen wir nochmal GG LS LS. Aber natürlich, da es eine Menge ist, reicht es, das einmal zu schreiben. Es kann keine Doppelungen geben. Übrigens, das ist auch ein wichtiger Unterschied zu relationalen Datenbanken, wie sie oft verstanden werden. Ja, also viele moderne Datenbanken haben auch schon eingebaute Duplikat-Eliminierung, aber bei vielen anderen hat man das auch nur optional. Nicht so sehr, weil man es für irgendwas Praktisches nutzen will, sondern eher deshalb, weil es ziemlich teuer ist, Duplikate zu eliminieren. Also Mengen-Semantik in Datenbanken zu implementieren kostet. Und man überlässt es in der Praxis lieber, dem Nutzer selber zu entscheiden, ob an der gegebenen Stelle Duplikate erstens stören würden oder ob man sie auch tolerieren kann, wenn es welche gäbe. Und zweitens, was vielleicht wichtiger ist, ob Duplikate überhaupt auftreten können. Oft weiß ja der Nutzer durch die Bedeutung oder durch die Semantik, die Daten haben für ihn, schon wenn die Datenbank keine Fehler enthält, dass eine bestimmte Anfrage keine Duplikate enthalten muss. Dann muss man aus der Datenbank nicht unbedingt den Auftrag geben, die Duplikate zu finden und zu eliminieren. Das spart Zeit und Speicherplatz auch. Und insofern ist Duplikat-Eliminierung dort nicht eingebaut. Ich glaube trotzdem nicht, dass es wirklich einen Anwendungsfall gibt dafür, viele wiederholte Vorkommen des gleichen Ergebnisses zu haben, zumal die dann in Datenbanken auch noch räumlich getrennt sein können. Meistens führt das eher zu Programmfehlern. Also es ist eher nicht das, was man erwartet. Ja, es ist eher überraschend, wenn das passiert an der Stelle, wo man es nicht gedacht hätte. Ich würde es nicht für gutes Design halten, irgendetwas Bedeutsames auf diese Art zu kodieren. Dann, wenn ich mich wirklich dafür interessiere, welche Zahl von Fakten es da gibt, würde ich die vielleicht lieber explizit abspeichern und diese Zahl dann abfragen, wenn ich sie brauche. Das scheint doch die sauberere Lösung zu sein. Aber trotzdem oftmals gibt es eben die Möglichkeit, einen Fakt mehrfach zu haben. Das geht bei DataLog nicht. Und bei DataLog ist es tatsächlich wichtig, dass man Duplikate eifrig, sollte ich sagen, auf Deutsch eliminiert. Einfach deshalb, weil diese iterative Berechnung, die ich hier gerade erkläre, sonst womöglich nicht terminiert. Also wenn ich DataLog immer wieder neu anwende und immer wieder den gleichen Fakt ableite, dann erhalte ich, wenn ich die Duplikate nicht entferne, immer wieder neue Mengen und das wird niemals zum Ende kommen. Obwohl ich eigentlich längst schon alles berechnet habe, was interessant wäre. Und das hat tatsächlich auch keine besonders klare Bedeutung. Also wenn ich mit Duplikaten leben wollte, dann wäre ein bisschen unklar, was die Rekursion dann genau bedeuten soll. Was will die Rekursion dann? Was passiert, wenn ich in der Schleife komme, wo ein Duplikat, wo ein Fakt zur neuen Ableitung von dem gleichen Fakt wiederführt? Bedeutet das dann, ich will den unendlich oft sehen? Oder wie soll das verarbeitet werden? Also das ist nicht so klar. Man eliminiert also mit DataLog in diesem Zusammenhang Duplikate stets kräftig. Auch in Implementierungen gibt es eigentlich keine andere praktikable Lösung. Okay, wir müssen uns um Implementierungen nicht sorgen. Wir lassen einfach doppelte Fakten weg und das sieht man auch überall in den kleinen Beispielen, die wir haben, sehr leicht. LSLS ist schon da, brauchen wir nicht nochmal. GGColorColor kommt natürlich dazu und dann Evan wird auch doppelt vorkommen und wir sehen, ich habe David vergessen. David, der sollte hier auch noch mit vorkommen, denn R steht hier an zweiter Stelle. Wir haben also nicht nur 4, sondern 5 GG-Fakten. Okay, das korrigiere ich Ihnen auf den Folgen, wo ich mich jetzt hier verrechnet habe. Im nächsten Schritt können wir jetzt nichts mehr Neues mit diesen Regeln ableiten, außer den fehlenden David, der aber hier schon sein sollte. Und stattdessen können wir die letzte Regel anwenden. Das heißt, wir können die Älterbeziehungen zurückgehen und damit Sachen ableiten. Es gibt für diese letzte Regel mehr Anwendungen, als man vielleicht denkt. Auf ersten Blick, die Anwendungen, die einem zunächst einfallen, sind die, bei denen zwei Personen Geschwister sind. Also hier Alice hat die Mutter Carla, Evan hat auch die Mutter Carla, also sind Alice und Evan in der gleichen Generation. Same Generation heißt diese Anfrage. In der klassischen Literatur wird da auch manchmal betrachtet bei Datalog. Diese sind also in der gleichen Generation. Genauso kann man das auch umgekehrt anwenden. Also die dürfen die Plätze tauschen. Es ist nicht klar, wer hier, wer hier vor dem anderen steht. Also bekomme ich nicht nur Alice und Evan, sondern auch Evan und Alice. Aber ich bekäme natürlich noch mehr. Ich kann mit der Regel auch ableiten, da zum Beispiel Bob mit Bob hier in dieser GG-Beziehung ist und Alice Bob als älter hat, kann ich Alice für x und für y einsetzen und Bob für v und für w und dann kann ich ableiten GG von Alice Komma Alice. Das wird also auch durch diese dritte Regel produziert, nur dass wir das hier nicht hinzufügen müssen, weil wir das schon in TP3 hatten und deshalb wieder wegen Mengen-Semantik nicht an dieser erneuten Ableitung interessiert sind. Der Fakt ist ja schon da. Okay. Und mehr Fälle von gemeinsamen Vorfahren gibt es hier tatsächlich nicht und damit terminiert die Berechnung an dieser Stelle. In TP5 verhalte ich das gleiche wie in TP4 und das ist auch einfach TP unendlich. Die Vereinigung aller dieser Dinge wird auch nur diese Menge sein und nichts weiteres. Okay. So sieht es also hier aus. Das ist eine ausführliche Ableitung gewesen. Alles klar. Gut. Also ich hoffe, Sie haben das gut verstanden. Jetzt können wir ein paar Beobachtungen machen. Beobachtung 1. Jede Datalog-Regel entspricht einer Klausel. Also das ist die prädikatenlogische Lesart von solchen Regeln. Implikation A impliziert B ist dasselbe wie nicht A oder B. Also hier habe ich nicht Rumpf oder Kopf oder anders gesagt Kopf oder nicht Rumpf und nicht Konjunktion ist dasselbe wie der Morgan nicht der erste Konjunkt oder nicht das zweite Konjunkt oder 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 bis das negierte letzte Konjunkt steht. Okay. Also das ist die Klausel, die hier kodiert wird und diese Analogie zur Implikation, die hatte ich Ihnen schon mehrfach genannt, als wir Resolution erklärt haben. Denn so ist auch die Idee des Resolutionsverfahrens gewesen, dass man in gewissem Sinne solche Implikationen miteinander verkettet. Das ist ein Resolutionsschritt. Nur dass hier die Implikation eine besondere Form hat, da ich zwar viele Atome im Body, aber nur einen im Head haben darf, ist auch hier immer nur ein Atom nicht negiert. Alle anderen kommen negiert vor. Das heißt also letztlich sind Datalog-Programme syntaktische Varianten skolemisierter Klauseln. Skolemisiert ist hier nur von geringer Bedeutung, denn ich habe keine Funktionssymbole zugelassen. Es dürfen nur Konstanten auftauchen. Aber ich könnte trotzdem mir eine prädikatenlogische Theorie vorstellen, wo die Skolemisierung so ein Datalog-Programm machen. Und da das so ist, da wir also im Prinzip mit Skolem-Formeln arbeiten, kann die Inferenz von Fakten sich auf Erbron-Modelle beschränken. Das ist genauso wie in der Prädikatenlogik. Den Satz hatten wir schon im Zusammenhang mit der Resolution erklärt. Das geht hier also auch. Wir haben nur einfach besondere Formen von Formeln, aber das, was im Allgemeinen gilt, gilt auch im Besonderen. Zweite Beobachtung ist, dass wir tatsächlich letztlich hier auch Resolution anwenden. Wenn wir nämlich einen Fakt hθ berechnen, in diesem tp-Operator, in dem wir eine Regel anwenden, dann führen wir letztlich nur eine Reihe von Resolutionsschritten durch zwischen der Klausel, die hier gegeben ist mit den vielen negierten bs und den Fakten b1θ bis bnθ, die ja in meiner schon vorhandenen Menge von berechneten Fakten vorkommen müssen, damit diese Ableitung in tp gebildet wird. Also das heißt, wenn ich solche Fakten habe mit dieser Grundinstanzierung, kann ich Resolution anwenden. Ich unifiziere einfach b1 mit diesem hier und dann erhalte ich eine Klausel, wo das negierte b1 fehlt und bei Resolution mit diesem Fakt kommt stattdessen nichts hinzu. Wir kombinieren ja immer zwei Klauseln und löschen dabei die übereinstimmenden Literale und da in diesem Fakt keine sonstigen Literale vorkommen, entsteht dabei eine Klausel, die das b1 nicht mehr enthält und schon so eine teilweise Instanzierung der restlichen Sachen. Und so kann ich fortfahren, bis ich nur noch h übrig habe. Gut, der kleinste Unifikator, der allgemeinste soll das wohl heißen, noch ein kleiner Fehler. Ich kann diese Resolution, wenn ich so vorgehe, dass ich von vornherein weiß, ich will eigentlich nur mit Fakten resolvieren und ich mache das so schrittweise, dann kann ich diese Resolution auch gleich kombinieren und all diese Fakten b1 bis bn in einem Schritt mit dieser Klausel reservieren. Das nennt man Hyperresolution, weil man viele Resolutionsschritte in einem zusammenfasst. Das hatte ich auch schon mal in der Aussagenlogik erwähnt. Das heißt, Regel anwenden ist eigentlich Hyperresolution, ja, technisch gesehen. Okay, also wir tun hier also Dinge, die wir eigentlich schon kennen und von denen wir bewiesen haben, dass sie korrekt sind in der Prädikatenlogik allgemein und deshalb auch hier im Speziellen für Datalog. Das heißt, wir folgern abgeleitete Fakten, die ich mit dem TP-Operator erzeuge, sind logische Konsequenzen wie mit Resolution allgemein. Damit ist das Ganze korrekt. Und somit lässt sich insgesamt erkennen, also einerseits über die Tatsache, dass Erbrauchmodelle ausreichen, da ich keine weiteren Elemente als die syntaktisch vorkommenden Terme betrachten muss und andererseits, dass ich hier nur korrekte Dinge folgere. Das kann ich im Prinzip schon zusammenbringen und bin fast schon fertig mit dem Beweis dieses Satzes hier, den ich nicht weiter vertiefen werde. Satz für ein Datalog-Programm P ist TP unendlich das kleinste Erbrauchmodell. Das kleinste Erbrauchmodell. Was heißt kleinste hier? Das heißt in dem Fall kleinste bezüglich der Mengeninklusion. Also wenn ich die Erbrauchmodelle mir als Mengen von Fakten vorstelle, dann gibt es dabei größere und kleinere Mengen und das hier ist das kleinste von allen. Also jedes Erbrauchmodell muss mindestens all die Dinge enthalten, die ich mit dem TP-Operator ableite. Das heißt also, nochmal ausgeschrieben für einen beliebigen Fakt F, gilt F ist in diesem TP unendlich mit dem Fixpunkt von TP, genau dann, wenn F in jedem Erbrauchmodell vorkommt. Und das ist genau dann der Fall, wenn P F als logische Konsequenz hat. Das folgt im Prinzip hier aus der ersten Beobachtung. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Der TP-Operator funktioniert. Er leitet richtige Dinge ab und er leitet Dinge ab, die leitet alles ab, was tatsächlich geschlussfolgert werden soll. Wir können den also verwenden, um die logischen Schlüsse zu berechnen. Und die ganze Berechnung terminiert nach endlich vielen Schritten. Das heißt, das Ganze wird hier entschieden. Wir haben keine Semi-Entscheidungsprozedur über der Resolution allgemein, wo man zwar auch korrekte Dinge ableitet, aber unter Umständen sehr lange, unbeschränkt lange Laufzeiten in Kauf nehmen muss, um alle wahren Sachen auch tatsächlich irgendwann zu ermitteln. Okay, ich möchte Ihnen noch ein paar weitere Intuitionen mit auf den Weg geben. Die Intuition mit dem TP-Operator ist schon ziemlich gängig. Schritt für Schritt wird immer mehr Wahres berechnet, bis man an irgendeinem Schritt nichts mehr Neues bekommt, einen Fixpunkt erreicht, dann hat man alle Schlüsse und ist fertig. Eine zweite hilfreiche Intuition bei der Arbeit mit Datalog sind sogenannte Ableitungsbäume. Man kann nämlich jede Folgerung, die man aus einem Programm P zieht, auch als einen endlichen Baum darstellen. Wie sieht dieser Baum aus? Naja, jeder Knoten ist ein variablenfreies Atom. Also etwas, was wir als wahr erkannt haben. Jeder Elternknoten entsteht durch Anwendung einer Regel aus P auf seine Kindknoten. Das heißt also, weiter oben sind die später geschlussfolgerten Dinge. Und jeder Blattknoten muss ein gegebener Fakt sein aus P. Also das ist in gewisser Weise, diese Aussage ist ein Sonderfall der zweiten Blattknoten. Fakten sind ja auch im Ende Regeln und wenn also ein Knoten keine Kinder mehr hat, dann heißt das, er muss aus einer Regel entstehen, die man auf die leere Menge anwenden kann, die also keine Vorbedingungen hat. Das ist eben ein gegebener Fakt. Außerdem beschriften wir die Knoten nicht nur mit diesen entsprechenden Atomen, sondern wir beschriften jeden Knoten zusätzlich mit der Regel und Substitution, die zur Ableitung angewendet wurden. Das heißt, wir schreiben uns dann noch zusätzlich diese Information heran, um nachvollziehen zu können, wie genau die Ableitung zustande kam. Das heißt, der Ableitungsbaum stellt im Prinzip die Resolutionsableitung des Fakts an der Wurzel des Baums grafisch dar. Und gut, Beobachtung für jeden Fakt in diesem Fixpunkt von TP gibt es mindestens einen Ableitungsbaum mit der entsprechend gekennzeichneten Wurzel. Es kann natürlich sein, dass ein Fakt auf viele Arten abgeleitet werden kann. Wir können ja unterschiedliche Regeln die gleichen Konsequenzen haben. Das ist zulässig, aber alles, was vorkommt, muss irgendwie abgeleitet worden sein. Und da kann man dann auch so einen Baum aufbauen. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, wie das aussieht. Hier in einem ziemlich einfachen Fall. Das ist jetzt nicht mehr die gleiche Generation wie gerade eben, sondern das ist jetzt die Vorfahrenregel. Hier unten sehen Sie das Programm nochmal dargestellt. Und hier haben Sie den entsprechenden Ableitungsbaum, der uns sagt, dass Alice den Vorfahren David hat. Wie habe ich das abgeleitet? Im Prinzip, ich gehe jetzt rückwärts. Wie kam ich zu diesem Schluss am Ende hin? Ich habe die Regel 8 angewendet mit der Substitution x wird Alice, y, Carla und z, David. Das heißt, ich habe dieses y mit Carla instanziert und x und z ist klar mit Alice und David, sonst habe ich nicht die richtige Konsequenz. Das heißt, die beiden Grundfakten, die ich angewendet habe, waren letztlich älter Alice, Carla, das entsteht aus dem Teil hier mit dieser Substitution und vorfache Carla, David, das entsteht aus dem zweiten Atom mit der entsprechenden Substitution. Okay, das heißt also, um vorfache Alice, David zu beweisen, genügt es älter Alice, Carla zu beweisen und vorfache Carla, David zu beweisen. Und diese beiden Beweise können unabhängig passieren. Deshalb haben wir hier zwei Teilbäume, die sich nicht mehr beweisen. Älter Alice, Carla kann man direkt aus Mutter Alice, Carla ableiten, indem man die Regel Nummer 6 verwendet mit der entsprechenden Substitution. Vorfache Carla, David wiederum, das ist eine Instanz von Vorfache, das muss man erstmal irgendwie ableiten. Aber in dem Fall ist das auch schon das Ende der Rekursion. Ich habe also hier älter als Grundlage genommen. Ich kann es als älter Carla, David ableiten. Und älter Carla, David wiederum folgt, auch aus einem entsprechenden Fakt, der mir schon vorgegeben war. Okay, so sieht das Ganze also aus. Und ja, so können wir das im Prinzip darstellen. Sie können sich gut vorstellen, dass diese Bäume größer sein könnten und sich auch mehr verzweigen könnten, aber sie sind trotzdem immer relativ übersichtlich. Also Bäume, die letztlich einen Beweis, einen logischen Beweis grafisch fassen. Und ziemlich intuitiv, wie man doch sehen kann. Okay, jetzt haben Sie den Begriff Ableitungsbäume natürlich auch an anderer Stelle wahrscheinlich schon gehört. Zumindest, wenn Sie die Videoreihe zum Thema Formale Sprachen und Automaten mitverfolgt haben oder einen anderen Kurs zu diesem Thema gehört haben, weil nämlich natürlich Ableitungsbäume auch bei den Grammatiken eine Rolle spielten, konkret bei den kontextfreien Grammatiken. Formale Systeme war die Vorlesung zu diesem Themengebiet hier. Und da haben wir also Ableitungsbäume für kontextfreie Grammatiken kennengelernt. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass die Idee dieser Ableitungsbäume im Prinzip genau die gleiche ist, wie das, was wir jetzt in Datalog gemacht haben. Nur mit der Einschränkung, dass Grammatiken schwächer sind als Datalog-Programme. Datalog ist allgemeiner, damit kann man noch viel mehr darstellen, aber man kann insbesondere auch Grammatiken darstellen. Und zwar geht das so. Gegeben, sagen wir mal eine kontextfreie Grammatik, G mit Variablen V, also das sind die Nicht-Terminalsymbole, Terminalsymbole Sigma, Regeln P und Startsymbol S. Für jedes Nicht-Terminal A geben wir jetzt ein neues zweistelliges Prädikat aus. Das nenne ich auch A, schreibe es ein bisschen anders zur Unterscheidung. Für jedes Terminalsymbole B ebenfalls ein zweistelliges Prädikat in Datalog mit einem B hier dargestellt. Und für jede Produktionsregel, die sieht ja schon so aus wie so eine Datalog-Regel, nur ohne Variablen, die also sagt, ich darf A ersetzen durch eine Liste von Symbolen V, Terminale und Nicht-Terminale, schreibe ich umgekehrt die Datalog-Regel wie folgt. Ich drehe den Pfeil um und schreibe aus V1, X0, X1, V2, X1, X2, V3, X2, X4, V2, X1, X2 müsste es dann heißen, bis schließlich Vn, Xn-1, Xn. Schreibe ich also eine Kette von Variablen auf und die Prädikatsymbole sind jeweils die, die zu diesem Zeichen hier passen, das sind entweder Terminale oder Nicht-Terminale und ich habe da entsprechend zweistellige Prädikate gebildet und das Ganze impliziert dann A von X0 nach Xn. Also mit anderen Worten, Wörter in dieser Sprache, die die Grammatik hier erzeugt oder betrachtet, werden als Ketten von Prädikaten dargestellt und diese Ketten sind beschriftet mit den zweistelligen Prädikaten und codieren dadurch die Bezeichner und jedes Mal, wenn ich so eine Kette vorfinde, kann ich sie kurzschließen, vom ersten zum letzten Element direkt gehen mit einem anderen Symbol, wenn es eine Regel gibt, die mir sowas erlaubt. Das heißt also anfangen müsste ich mit Regeln, die nur Terminalsymbole enthalten vielleicht, wenn ich ein Wort analysieren möchte und dann schrittweise immer mehr Schlüsse ziehen. Diese Darstellung von Grammatiken mithilfe von Logik hatten wir im Prinzip auch schon gesehen, als wir diskutiert haben, dass das logische Schließen in der Prädikatenlogik unentscheidbar ist. Da hatte ich auch Grammatiken so codiert und hatte dann aber das Schnittproblem von kontextfreien Grammatiken da rein codiert. Das geht mit allgemeinen Prädikaten, logischen Formeln, das geht nicht so einfach in Datalog. Datalog ist aber auch nicht weit weg vom Schnittproblem, aber mit logischem Schließen selbst komme ich da nicht hin. Dann muss ich schon noch kompliziertere Fragen stellen über Datalog-Programme, zum Beispiel ob sie die gleichen Ergebnisse liefern über beliebigen Daten bei Äquivalenz, dann bekomme ich auch wieder Unentscheidbarkeit. Aber ein anderes Thema, das können Sie in Database Theory zum Beispiel nachhören, wenn Sie diese Lehrveranstaltung bei uns besuchen. Okay. Die Menge aller entsprechenden Regeln bezeichnen wir jetzt mit P von G und wir betrachten Datenbanken, die nur Terminalsymbole als Prädikate enthalten. Dann kann ich auf so einer Datenbank immer alle entsprechenden Wörter, die also als Ketten darin vorkommen, mit den entsprechenden Terminalen, nicht Terminalen, aus denen man das hätte ableiten können, annotieren. Das ist sozusagen, als würde ich parsen. Also es ist nicht generieren, sondern es ist eher analysierend. Ich habe die Wörter vorgegeben und finde dann die Ableitungen zu den Wörtern. Okay, so kann ich also kontextfreie Grammatiken aus MinDataLog-Programmen darstellen und man sieht dann leicht, dass die Ableitungsbäume für kontextfreie Grammatiken genau die gleiche Struktur haben, wie die Ableitungsbäume für diese Datalog-Programme. Ja, nur dass ich im Prinzip in die andere Richtung gehe, von den Wörtern zu den Symbolen, aus denen man sie ableiten könnte, während man bei der Grammatik vom Startsymbol zu den Wörtern geht. Aber es ist nur eine kleine Umkehrung des Pfeils und macht sonst technisch keinen großen Unterschied. Okay, gut. Das heißt also, was hier gelten soll, ist, dass dieses Programm P von G ein Fakt S, A, B ableitet, also S ist unser Startsymbol, genau dann, wenn es zwischen A und B einen Pfad gibt, der aus Terminalsymbolen besteht, W1, AC1, W2, C1, C2 und so weiter, über diese Hilfskonstanten bis hin zu WL von CL-1B und dieses Wort W1 bis WL in der Sprache liegt, die die Grammatik erzeugt. Okay. Also somit kann man, falls so ein Wort überhaupt in der Datenbank vorkommt, auch ableiten, dass es aus dem Startsymbol erzeugt werden kann. Okay. Gut. Und insofern große Ähnlichkeiten. Nur Datalog kann natürlich noch viel mehr als nur Wörter kodieren. Wir haben ja viele, können höherstellige Prädikale zum Beispiel verwenden, dann ist das nicht mehr so eine klare Entsprechung. Aber wir sehen, dass da so ein bisschen eine gewisse Verwandtschaft besteht. Wozu ist das jetzt gut? Was sollen wir mit diesen baumartigen Darstellungen von logischen Ableitungen überhaupt tun? Naja, eine Sache ist natürlich, ist es ganz intuitiv. Ja, wenn man das als Baum sieht, kann man schön nachvollziehen, wie die einzelnen Dinge zustande gekommen sind. Ist vielleicht klarer und einfacher zu erkennen, als wenn man nur die Mengen schreibweise verwendet. Zweiter Aspekt ist Umformungsoperation auf Bäumen erlauben, die Erzeugung neuer Ableitungen. Also ich kann einen Baum nehmen und kann einen Teil dort rausschneiden und kann den durch irgendeinen anderen Baum ersetzen, der die gleiche Wurzel zum Beispiel hat, der dort ranpasst. Also diese Art von Umformungen sind möglich und das haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Bei kontextfreien Grammatiken in Thomas Systeme hatte ich das genutzt, um das Pumping-Lemma zu zeigen für kontextfreie Sprachen. Kontextfreie Sprache. Noch ein Tippfehler, meine Güte. Damit konnte man also beweisen mit Hilfe des Lemmas, dass manche Sprachen nicht kontextfrei sind. Also ich konnte dort durch solche Puzzle-Operationen auf Ableitungsbäumen schon ganz einfach grafisch mehr oder weniger das ganze Lemma beweisen. So ähnlich funktionieren Techniken auch mit DataLog. Auch da kann man gut mit Hilfe der Bäume argumentieren. Wenn etwas abgeleitet wird, dann gibt es einen Beweisbaum und dann kann man vielleicht den Beweisbaum umkonstruieren und andere Ableitungen finden. Das ist ganz praktisch. Hier ist ein kleines Beispiel, was man damit zum Beispiel tun könnte. Man könnte zeigen, dass kein DataLog-Programm Paare von Elementen finden kann, zwischen denen es einen Pfad aus einem binären Prädikat P gibt. Also einen Pfad, der nur über P verläuft. P, 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 so ähnlich wie die Wörter, die wir gerade gesehen haben, aber nur mit einem Symbol, dessen Länge eine Primzahl ist. So ähnlich hatten wir ja auch das Pumping-Lämma genutzt, die erinnern sich. Wir hatten auch gezeigt, dass es nicht möglich ist, Wörter zu erkennen, die Primzahl lang sind und aus einem Zeichen bestehen. Weil eben das Pumping-Lämma uns sagt, wenn es ein solches Wort gibt, dann gibt es auch immer längere Wörter, die man durch Pumpen konstruieren kann. Und die sind dann eben keine Primzahlen mehr in der Regel. Und genau so kann man es auch bei DataLog machen. Wenn es so ein Programm gäbe, dann hätte ich einen Ableitungsbaum und da alle Knoten in dem Baum mehr oder weniger gleich aussehen, kann ich einfach noch so einen Baum nehmen und irgendwo reinhängen und habe einen neuen Beweis für das Akzeptieren eines längeren Wortes, was wahrscheinlich kein Primzahlen mehr ist. Also solche Dinge funktionieren wunderbar. Und eine dritte Nützlichkeit von Ableitungsbäumen ist, man kann Automaten darauf laufen lassen. Das ist etwas, was wir in formale Sprachen und Automaten nicht behandelt haben. Es gibt nicht nur Automaten auf Wörtern, auf Strings, es gibt auch Automaten auf Bäumen. Die müssen dann natürlich, damit sie den Baum verarbeiten kann, irgendwie sich entlang des Baumes bewegen dürfen. Entweder sie machen Parallelverarbeitung, erzeugen irgendwie Kopien von sich selbst beim Weg von der Wurzel zu den Blättern oder sie dürfen hoch und runter laufen und zurückkehren zu dem Punkt, wo sie schon waren und die Ergebnisse irgendwie integrieren. Also da gibt es ganz verschiedene Ansätze, wie man das genau definiert. Aber im Prinzip sind das auch Automatenmodelle, so ähnlich wie die Automaten auf Wörtern, die wir kennengelernt haben. Und da kann man auf diese Art auch gut bestimmte Probleme umschreiben, also anders darstellen, als man es sonst gewohnt ist. Man hat, man definiert sich Automaten, die bestimmte Bäume erkennen und kann dann diese Automaten analysieren, zum Beispiel fragen, ob die Automaten leer sind, also ob sie überhaupt irgendetwas akzeptieren und auf die Art manches schwierige Problem entscheiden. Also, Sie sehen, ich bin ein großer Fan von Ableitungsbäumen, man kann viel damit machen und es ist eine gute Vorstellung, die einem hilft zu verstehen, wie das Ganze hier funktioniert. Und es ist so schön einfach, ja, versuchen Sie mal die Resolution sich vorzustellen bei Prädikatenlogik. Das ist nie so leicht, ja. Da haben Sie nicht einfach einen Baum in dem strikten Sinne vorgegeben. Ja, könnte man vielleicht auch als Baum darstellen, wenn man wollte. Das ist vielleicht nicht ganz so naheliegend. Ja, okay. Gut, das also zu den Ableitungsbäumen. Und jetzt möchte ich zum Schluss, die Zeit ist ja schon reichlich fortgeschritten, noch etwas zum Thema Komplexität sagen. Also, Entscheidbarkeit haben wir durch den TP-Operator ja schon gesehen. Man kann das Problem entscheiden, indem man TP einfach aufruft, bis nichts Neues geschlussfolgert wird. Wie aufwendig ist denn das jetzt? Also, im Sinne der Komplexität, die wir schon analysiert haben. Sie kennen ja ein bisschen Komplexitätstheorie aus diesen Vorlesungen hier und das reicht uns auch schon für diese Analyse. Naja, im Prinzip kann man relativ leicht den Worst Case abschätzen. Wenn wir nämlich mal sagen, wir haben P verschiedene Prädikatensymbole mit maximaler Stelligkeit, Arität A und mit maximal x Variablen pro Regeln und n Konstanten insgesamt. Das sollen also mal die Parameter sein, die vorgegeben sind. P Prädikatensymbole von Normalität A, x Variablen pro Regeln, n Konstanten. Dann gibt es insgesamt höchstens P mal n hoch a Fakten, variablenfreie Fakten. Ein bisschen redundant auszuschreiben, aber zur Erinnerung betone ich es hier nochmal. Fakten haben keine Variablen. Das heißt also, man kann sie nur erzeugen, indem man die Konstanten, die man zur Verfügung hat, irgendwie in die Prädikate einsetzt. Und wenn man P Prädikatensymbole der Stelligkeit n hat und n Konstanten dort einsetzen kann, dann entsteht eben höchstens P mal n hoch a Fakten. Da hat man wirklich schon alle möglichen Kombinationen abgeleitet. Für jede einzelne Regel gibt es jetzt maximal n hoch x Substitutionen. Ich kann für jede Variable der Regel, für jede von diesen x vielen Variablen, eine der Konstanten einsetzen. Im schlimmsten Fall könnte ich alle diese Belegungen systematisch durchprüfen und auf diese Art herausfinden, welche davon passen. Was sagt uns das? Naja, die Anzahl der Fakten, die man überhaupt ableiten kann, gibt uns eine Grenze für die Anzahl der Schritte, die man hier berechnen muss. Spätestens nach so vielen Schritten muss der TP-Operator einen Fixpunkt erreichen, weil dann habe ich nichts Neues mehr zum Ableiten. Entweder ich, also dann muss ich alles schon mal abgeleitet haben oder es kommt bestimmt das nicht mehr vor, aber ich kann nicht für mehr als diese Anzahl von Schritten neue Dinge ableiten, weil so viele neue Dinge gibt es gar nicht. Und in jedem Schritt muss ich höchstens so viele Substitutionen pro Regel anschauen und wir sehen, ja, das sind beides exponentielle Funktionen. Einmal in der Arität, einmal in der Anzahl der Variablen und die lassen sich also sicherlich in exponentieller Zeit lösen. Das heißt also, ich kann den TP-Operator in exponentieller Zeit berechnen mit diesen konkreten Vorgaben, also exponentiell bezüglich der Arität und der Anzahl der Variablen. Und es stellt sich heraus, dass es tatsächlich die, der schlimmste Fall, also es gibt die entsprechende Schwere. Das Problem der Schlussfolgerung von Fakten, also die Frage ist, hat P als Konsequenz F, für Datalog ist EXPTIME vollständig. Was ich hier argumentiere, zeigt das Enthaltensein, dass es in EXPTIME ist. Die Härte, die Schwere sollte ich vielleicht sagen, auf Deutsch kann man auch zeigen, aber das ist ein bisschen anderer Beweis, den habe ich jetzt hier nicht parat, auch da Database Theory kann Ihnen da weiterhelfen, wenn Sie es genau sehen wollen. Ist im Prinzip auch wieder eine Turing-Maschinen-Codierung, die man hier machen kann. Ein bisschen komplizierter oder ein bisschen andere Ideen stecken da noch drin, weil man das jetzt mit Datalog tut. Aber an sich eignet sich Datalog ziemlich gut, um sowas wie eine Turing-Maschine darzustellen. Regeln, ja, Übergangsregeln, Ableitungsregeln, das ist nicht so weit voneinander entfernt. Man muss nur irgendeinen Weg finden, den Speicher entsprechend darzustellen und die einzelnen Berechnungsschritte und vor allem dabei geschickt auszunutzen, dass man eben diese exponentielle Anzahl an Fakten überhaupt nur zur Verfügung hat. Also das heißt, irgendwo in Bezug auf diese Fakten wird die Speicher- und Zeitbegrenzung liegen müssen. Also damit muss man das irgendwie erreichen. Okay, das also zum Thema Komplexität. Und Sie könnten jetzt natürlich fragen, ja, ex-time, es klingt nicht gerade praktikabel, es ist ja eine ziemlich hohe Komplexität. Ist also Datalog überhaupt praktisch implementierbar? Oder ist das ein reines, rein theoretisches Konstrukt? Und naja, wenn ich so frage, dann ist die Antwort sicherlich ja, 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 ist es. Also definitiv kann man Datalog praktisch implementieren. Das ist ein ziemlich praktisches Fragment, was sehr oft in ganz unterschiedlichen Anwendungsfällen, auch manchmal nur nebenbei oder als Teil von etwas Größerem, Komplizierteren, was man mit solchen Ableitungsregeln tun will, implementiert werden kann und worden ist. Ja. Also die Worst-Case-Komplexität selbst ist natürlich erst mal ein bisschen Respekt einflößend, aber hat viel mit der Stelligkeit der Prädikate zu tun. Wenn die Stelligkeit der Prädikate nicht besonders wächst, dann werden wir auch dieses exponentielle Verhalten nicht sehen. Sie haben natürlich recht, wenn Sie jetzt sagen, ja, war das nicht die Anzahl der Variablen pro Regel, die die Exponentialität gegeben hat? Das stimmt, aber diese Anzahl, das ist zwar naiv exponentiell evaluierbar, aber letztlich ist es ein NP-Problem und kein X-Time-Problem. Also das ist in gewissem Sinne einfacher. Die Algorithmen, die wir dafür haben, sind trotzdem im schlimmsten Fall exponentiell, aber es ist ein Problem, was wir praktisch auch ständig lösen. Ja, also jede einfache Datenbankanfrage, Select-Project-Join-Anfragen in SQL sind auch schon NP-vollständig und wir hatten gelernt, SQL ist P-Space vollständig. Das sind also Dinge, die man, die alle unter X-Time liegen und die man praktisch ohne Probleme lösen kann. Also die Matches für eine einzelne Regel zu finden, das ist einfach eine Datenbankabfrage, das kriegt man implementiert. Die wirklich, die echte Exponentialität sozusagen von DataLock stammt eben daher, dass es viele Fakten geben kann. Aber gerade diese Komplexität kommt natürlich nur ins Spiel, wenn man eine Anwendung hat, bei der tatsächlich so eine große extreme Menge von Fakten abgeleitet werden soll. Und das passiert, wie man sich denken kann, in der Praxis nicht so oft. Selbst wenn ich ordentlich modelliere, dann ist es in der Regel nicht mein Interesse, exponentiell viele Fakten abzuleiten, sondern nur ganz spezifische, zielgerichtete Fakten abzuleiten. Hofft man. Ja. Okay, also das heißt, das lässt sich oft ganz gut kontrollieren. Wenn man sich jetzt nur die Abhängigkeit von der Größe der Datenbank anschaut, das hatten wir bei Prädikatenlogik als Anfragesprache auch schon mal erwähnt, also das heißt, die Zahl der Fakten in diesem Fall und nicht die Anzahl oder Größe der Regeln, dann wächst die Komplexität lediglich polynomiell. Das heißt, für größer werdende Datenmengen hat man mit einem polynomiellen Skalierungsverhalten deutlich bessere K. Und ja, das Ganze, die Behauptung, dass das praktisch ist, wird auch letztlich belegt, dadurch, dass es eine Menge guter Implementierungen gibt, die man nehmen kann. Wir haben auch eine mit Amsterdam zusammen hier in Dresden entwickelt. Das ist die V-Lock-Rulever-Kombination. Das ist Open-Source, kann man auch einfach runterladen und nutzen. RDF-Ox ist ein anderes Beispiel aus Oxford, wo was inzwischen kommerzialisiert wird. Es gibt auch noch andere Systeme dort. Vardalock ist ein System ebenfalls aus Oxford. Es gibt eine Reihe von Systemen, die relational Datenbanken als Grundlage haben und die mit Regeln erweitern. Lunatic war so eins. Auch das war Open-Source. Und es gibt auch eine ganze Menge anderer Logik-Systeme, die oftmals zumindest Datalog unterstützen. Also das ist ein Sonderfall von vielen anderen praktischen Logik-Fragmenten, die in verschiedenen Anwendungen vorkommen. Zum Beispiel Unterset-Programming ist so eine weit verbreitete Anwendung von Logik, die von verschiedenen Systemen unterstützt wird. Klingo und DLV sind hier mal genannt. Theorembeweise gibt es, das sind sehr komplizierte Systeme, aber auch die unterstützen Datalog als ein Sonderfall. Also da gibt es ganz verschiedene Ansätze und je nachdem, wofür man das Datalog genau verwendet, hat man dann auch unterschiedliche Implementierungstechniken und unterschiedliche Optimierungen. Ob das jetzt ein In-Memory-System ist oder eher ein Datenbank-unterstütztes System, was größere Datenmengen verarbeiten soll oder ob es überhaupt auf Geschwindigkeit so sehr ankommt, ob das ein Problem ist oder ob es eher um andere Aspekte der praktischen Nutzbarkeit geht. Also wo vielleicht Performance ist gar nicht der limitierende Faktor vielleicht für bestimmte Dinge. Also das wurde vielfach genutzt und lässt sich ganz gut verwenden. Okay. Sie sehen also, es gibt Teile, Fragmente von Prädikatenlogik, die mehr sind als Aussagenlogik. Die hatten wir ja auch schon als Fragment erkannt und die aber gleichzeitig noch praktisch handhabbar, implementierbar, kommerziell ausnutzbar, wenn Sie so wollen, sind. Und als solches können wir auch Datalog betrachten. In einer Sicht. Eine andere Sicht ist die, dass Datalog überhaupt kein Fragment der Prädikatenlogik erster Ordnung ist, sondern dass es in Wahrheit eine Logik höhere Ordnung darstellt. Wieso das so sein könnte und wie das überhaupt gemeint ist, erkläre ich beim nächsten Mal in noch einem kurzen Video. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.